Hallo Lucy! Hallo Laura! Hallo! Wo gehen wir heute hin? Zum Karlwanger Marktfest! Zum Karlwanger Marktfest! Los geht's! Was siehst du da hinten, Elli? Feuer! Feuer, genau! Hey Lucy! Lucy, Lucy, Lucy! Wie heißt Feuer auf Englisch? Feuer! Feuer! Feuer, genau! Feuer ist Feuer! Und da sind Hähnchen da vorne, gell? Da kann man ein Chicken essen! Und hinten ist das Feuer! Und jetzt gehen wir Maronis kaufen! Maroni! Gehen wir kaufen! Maroni! Weißt du, wie die Maronis schon auf Englisch reißen, Lucy? Das sind die Chestnuts! Chestnuts! Genau! Oh, schau! Was gibt's da oben? Oh! Wo? Nein! So feinstellte wir! Haha! Haha! Das ist gut! So feinstellte wir die Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Am Trampolin. Gut. Ich bin hochgesprungen. So hoch bist du gesprungen? Ich bin hochgesprungen. Ich bin hochgesprungen. Ich bin hochgesprungen. Schau, ihr habt sogar die Mutis mitgebracht. Grüß euch Mutis. Hallo, 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 hallo. Hast du ein Herz, Laura? Ja. Ja? Welches magst du denn? Was für einen suchst du dir aus? Drei. 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 Drei Euro. Drei Euro. Drei Euro. Du bist so süß, oder du bist süß, oder ich hab die liebten. Meine Prinzessin, das ist ja. Und die Lucy auch meine Prinzessin. Ja, gibt es noch einen zweiten meine Prinzessin? Ja. Was hast du da? Du hast jetzt Lausmadel. Ja. Oder steht der Lausmadel drauf? Ja. B. 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 Ich kann es gar nicht lesen. Lausmadel. Du Lausmadel. Lausderndl steht drauf. Lausderndl. Ja, das war's, der hat sie dir. Ja. Also, ein Herz. Genau, ein Herz. Das weiß ich das. Ja, das weiß ich. Was steht noch? Lausderndl steht drauf. Lausderndl? Lausderndl. Das passt perfekt. Die Deutsch. Die Deutsch. Die Deutsch. Die Berlin. Die Buhl. Die Welt. Die wie drauf winformiert. Die west Demon. Sie tugt transf集en können ihr Weg? Die widow. Und if other Women party. wonderskollowern. Ja, deswegen bin ich schon. Sie bil, sie hö subscriber. Also ich nehme den сделали. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und thank you for watching. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann drückt doch auf den Like Button und falls es euch ganz gut gefallen hat, dann vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss. Bye. 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 Bye.